Banksy-inspirierte Collectibles erscheinen auf der Vivi-App. Außerdem stehen die ersten Manga-Drops vor der Host-Tür sowie ein weiterer Hulk-Drop und noch viele weitere Themen. Das alles jetzt in diesem Video. Und ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, es gab diese Woche keine Stream-Ankündigung. Das liegt einfach daran, dass ich momentan ziemlich viel zu tun habe und es leider nicht geschafft habe, diese Woche einen Stream für euch aufzusetzen. Ich versuche es aber auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche zu machen, dass wir dort einen nicen Talk haben. Darum soll es jetzt heute aber nicht gehen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die News. Und starten würde ich an dieser Stelle mit einem Drop, auf den wir schon wirklich lange, lange gewartet haben. Er wurde schon vor einiger Zeit angekündigt und zwar nämlich hier die Banksy-inspirierten Collectibles. Ganz wichtig, hier auch die Betonung auf den inspirierten Collectibles. Es sind im Prinzip eigentlich Banksy-Collectibles, wenn man es an sich nehmen möchte, aber es ist halt nicht von Banksy selbst verkauft. Das heißt, an dieser Stelle ist das hier Brander License, die das im Prinzip für sich eingenommen haben. Man kann sich hier darüber ganz klar streiten, ob das jetzt hier in irgendeiner Weise cool ist, dass sie das machen oder nicht. Auf das will ich jetzt aber hier in diesem gesamten Video nicht eingehen. Darüber kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich persönlich finde es als große Grauzone, aber darum soll es jetzt wie gesagt nicht gehen. Schauen wir uns den Drop an. Das Ganze wird hier schon am 6. Juli, das heißt am Samstag jetzt droppen, um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze würde ich sagen, schauen wir uns an dieser Stelle auch mal direkt an. Und es wird außerdem hier ein ganz, ganz spezieller Drop werden, denn man wird hier nicht nur mit Gems, sondern auch mit einer Menge, Menge MCP-Punkten bezahlen können. Schauen wir uns das Ganze aber einfach mal an. Was ganz wichtig hier vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist und was ich sehr, sehr cool finde, was es bisher noch nicht so gegeben hat, bis auf bei den Ukraine-Spenden damals von Ron English waren das glaube ich. Und zwar werden hier nämlich keine Lizenzgebühren erhoben, außer die 2,5 Prozent, die Vivi bekommt. Und diese werden dann aber auch wiederum hier für wohltätige Zwecke gespendet. Für was das genau gespendet wird, wird hier aber nicht gesagt. Da hoffe ich auf jeden Fall auch nochmal, dass Vivi das etwas klarstellen wird und etwas präzisieren wird, denn das ist natürlich ein bisschen schwammig formuliert. Ich finde es dennoch sehr cool, dass sie das hier so machen und dass hier kein Profit in dem Sinne rausgezogen wird, außer sie sollten jetzt wirklich was am Collectible-Verkauf an sich mitverdienen, weil hier steht natürlich nur, dass hier an den Gebühren nichts verdient wird. Das muss ja nichts heißen im Endeffekt. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier ein bisschen was bei dem Verkauf verdient wird, aber lange nicht das, wo man jetzt sagen muss, okay, das ist ethisch und moralisch sehr verwerflich. Schauen wir uns das Collectible einmal mal genauer an. Flowerbomber heißt das Ganze und einmal hier in weiß. Das Ganze wird außerdem hier nicht in den USA verfügbar sein und dementsprechend tatsächlich etwas mehr für uns da sein. Wir werden hier insgesamt einen Listenpreis von 60 Dollar haben, eine Editionzahl von 1.333 Stück, eine Rare und auch eine First Edition. Die erste Public Mint wird die 41 sein, also hier auf jeden Fall auch interessant für diejenigen, die das Collectible haben wollen. Als nächstes haben wir dann hier noch eine Original Color Edition. Diese wird dann mit einer Editionzahl von 222 Stück versehen sein. Das Ganze wird eine Secret Jail sein und ein Listenpreis natürlich auch wieder von 60 Dollar. Außerdem ist hier die First Public Mint eine 21. Als nächstes haben wir dann hier noch eine weitere Edition und zwar die Street Cleaner Edition und diese ist tatsächlich äußerst interessant, denn dieses Craften wird hier mit MCP Punkten möglich sein und das Ganze nicht mal mit irgendwie 10.000, 20.000 MCP Punkten, sondern mit insgesamt 250.000 MCP Punkten, die man hier für ein Collectible raushauen muss, was wirklich eine ganz schöne Hausnummer ist, wenn ihr mich fragt. Insgesamt werden das hier 333 Editions sein, der Ultra Rare sein, die First Edition und die First Public Mint wird eine 21 sein. Ich kann mir persönlich schwierig vorstellen, dass das tatsächlich ausverkauft sein wird, aber es wird wahrscheinlich eher ausverkauft sein als die nächste Edition, die wir uns anschauen und zwar nämlich die Flower Bomber Gold Edition bzw. hier die Secret Rare. Und diese wird hier nämlich nur 88 Editions haben, dafür muss man aber auch satte 1 Million MCP Punkte setzen, um das Collectible hier zu craften, was ich unfassbar krass finde, wie viel man hier investieren muss. Das Ganze wird außerdem hier beides bis zum 10. Juli craftbar sein. Danach wird auf jeden Fall hier das Ganze dann nicht mehr möglich sein zu craften. Ich denke auf jeden Fall, dass hier einige Leute auch das craften werden und ihre MCP Punkte dafür einsetzen werden. Einfach aus dem Grund, weil es dann natürlich auch sehr, sehr rar sein wird. Es gibt einfach sehr wenige Leute, die hier über 1 Million Punkte haben und dementsprechend ist das natürlich dann auch, hat das dann Wert, wenn das hier vielleicht nur noch 20, 30 Editions insgesamt danach Public haben und 50 Stück davon geburnt werden. Äußerst interessant auf jeden Fall, was den Job hier angeht. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr hier da wahrscheinlich die wenigsten hier 1 Million haben und wenn ihr 1 Million habt, schreibt mir auch gerne mal unten rein, ob ihr hier die Goldene bzw. die Platin Edition kaufen würdet. Aber schreibt mir auch gerne mal rein, ob ihr hier an diesem Job teilnimmt werdet oder nicht. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Kommen wir als nächstes zu Wismedia. Wir haben darüber schon vor einigen Wochen gesprochen, dass sie hier mit Wismedia zusammenarbeiten. Wismedia, vielleicht nochmal kurz als Zusammenfassung, hat mit einer der größten Manga-Brands unter sich, die es so insgesamt gibt. Darunter zählt zum Beispiel Dragon Ball oder auch Ultraman. Und zum Ultraman Day werden wir dieses Jahr auch was bekommen. Am 10. Juli ist das Ganze und um 17. Deutzer Zeit wird es hier einen Drop geben. Ja, gerade wo ich das Video fertig hatte, da kommt natürlich die News zum Ultraman. Deswegen noch ein kurzer Nachtrag hier zum Ultraman Drop. Das wird ein Comic werden und zwar am 10. Juli um 17. Deutzer Zeit. Wir werden hier die ersten digitalen Manga-Comics sehen. Auf wie, was ich hier wirklich äußerst, äußerst cool finde. Und das hier auch noch zum Ultraman Day mit Ultraman ist schon mal sehr, sehr cool. Wir werden ja Ultraman Hashtag 1 sehen. Das Ganze hier einmal natürlich wie immer mit 5 Covern dazu, die ich persönlich auf jeden Fall nicht so krass finde. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, ehrlich gesagt. Wir haben hier einen Listenpreis. Das ist schon mal krass von 15 Dollar. Das ist schon mal neu. Ich denke aber, dass wir einfach hier schauen werden, wie hoch können wir von Preisen gehen. Ansonsten eine Edition von 3500 Stück und die First Public Mint wird die 170 sein. Dieses Comic wird aber tatsächlich in Teilen der Welt gar nicht verfügbar sein. An dieser Stelle aber hier Europa bzw. Deutschland ist davon auf jeden Fall nicht betroffen, wie ich das jetzt hier sehe. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Genauso wenig wie die USA. Also insgesamt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf den Drop und ich bin sehr gespannt auch, was vielleicht marketingtechnisch hier noch kommen wird. Beziehungsweise wie das insgesamt dann hier laufen wird mit dem Drop. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Das würde mich bei diesem Drop wirklich äußerst interessieren. Etwas weiteres ist außerdem in Coming Soon und zwar nämlich ein weiterer Hulk. Und zwar The Incredible Hulk wird auf die VV-App kommen. Wir haben hier auch wieder ein kleines Teaser-Video erhalten, was man mal kurz hier abspielen kann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was jetzt hier kommen wird und wie das Design sein wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Schreibt mir unbedingt mal auch hier unten in die Kommentare, ob ihr euch darauf freut oder sagt, hey, wir haben schon ein paar Hulks, das reicht doch eigentlich. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten noch mal eine ganz kurze und wichtige Erinnerung für alle Leute, die vor dem 22. Juni 2022 schon aktiv waren in der VV-App und mindestens 8 Transaktionen gemacht haben. Ihr habt jetzt nämlich den Anspruch darauf, Stark-Token zu claimen. Diese könnt ihr dann geairdrop bekommen. Ganz kurz, was ist der Stark-Token? Stark-Token steht im Prinzip hinter Immutable X. Und deswegen bekommen wir bei Ecomi bzw. bei Vivi auch hier diese Token dann, die wir claimen können. Insgesamt sind es 111 Token, die ihr bekommen werdet. Momentan sind das, glaube ich, so 70, 80 Dollar, die man dann for free bekommt. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Schaut gerne auf jeden Fall hier in diesem YouTube-Video vorbei, wo ich darüber auch gesprochen habe. So bekommst du die Stark-Airdrop bei Vivi. Ich finde, man kann das auf jeden Fall mitnehmen. Ist geschenktes Geld. Von daher schaut euch das auf jeden Fall an und macht das claimt die Token. Bis zum 15. Juli habt ihr dazu noch Zeit. Deswegen macht das kurz. Es dauert vielleicht 10, 20 Minuten und dann habt ihr das Ganze geclaimt und dafür ein bisschen Geld for free bekommen. Kommen wir noch ganz kurz zum heutigen Comic, was gedroppt ist. Und zwar nämlich Deadpool Merc with a Mouth. Hashtag 7 aus dem Jahr 2009. Das Ganze ist heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit gedroppt. Ich wollte es mal ganz kurz nochmal angesprochen haben. Ich habe es nämlich nicht in meinen letzten Videos vorgetragen. Schauen wir es ganz kurz einmal an. Wir haben natürlich wie immer 5 Cover. In dem Fall ist hier Lady Deadpool auch im Fokus natürlich, weil wir hier nämlich auch die First Appearance von Lady Deadpool haben und dementsprechend das Ganze doch relativ interessant ist. Ein Listenpreis von 7 Gems gab es. Insgesamt 3000 Editions. Und wir haben natürlich auch nochmal Go-Collect-Daten und die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. 9.8 hier für 375 Dollar, muss man sagen, ist ja auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben insgesamt 430 Grades bei der 9.8. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wenn Lady Deadpool natürlich auch im MCU eine größere Rolle spielen könnte in Zukunft, dass das ganze Comic natürlich auch hier an Beliebtheit gewinnt. Man weiß es natürlich, aber im Endeffekt nicht. Im Ende ist hier alles Spekulation. Für mich persönlich war es aber auf jeden Fall kein Drop, den ich mitgenommen habe. Schreibt mir gerne Abo unten in die Kommentare, falls ihr den Drop mitgenommen habt. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.